Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Nachwuchs. Ja, da kommt er wieder früh. Tja, hab ich auch gesagt. Aber ich hätte sogar schon einen, Dirk. Pass mal auf. Mein Sohn hat am Wochenende heimlich Alkohol getrunken. Ich wünschte mir, er hätte auch heimlich gekotzt. Also, ich finde ihn richtig gut. Ja. Ich habe aber auch noch einen. Sie Pferdchenprüfung bestanden. Ich habe das ganze Wochenende mit meiner Tochter gefeiert. Nächstes Jahr will sie es eventuell auch probieren. Oh, der ist aber auch stark. Also, ich habe... Ja, ja, ja. ...das Jahr gemacht. Schon klar. Ja. Aber ich habe noch einen. Pass mal auf. Ach so. Die Leute sagen immer, ich würde zwei meiner drei Jungs bevorzugen. Dabei liebe ich Cedric genauso wie Kevin und den kleinen Fetten mit der dicken Hornbrille, von dem ich den Namen immer vergesse. Also, ich finde ihn liebevoll. Ja, komm. Langt für heut. Ja, hochschicken. Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Junge. Das war sehr. Vielen Dank.